Happy Birthday Tayabul Uku, Happy Birthday Sahid Akon, Happy Birthday Bias Kamu, Happy Birthday Samravit Ermias, Happy Birthday Ratschkoma Vel, Happy Birthday Gerus Maki, Happy Birthday Hasanur Kasi, Happy Birthday Marion Bittner und heute habe ich das Spiel Wasch Royale. Viel Spaß! Okay, dann fangen wir mal an mit unseren täglichen Belohnungen. Dann haben wir noch die Nachricht. Oh, Halloween. Und das nächste, die Queste. Noch keine fertig. Aber ja, auch schön gewesen. Es ist so schön, am Bad zu sein, wenn die Queste schon fertig werden. Warte mal, das war immer Geld, die roten Punkte. Oh, sag, den kann ich aufhören. Level 3. Level 3. Also, das sind die Startaufstellungen, wie man am Anfang spielt. Und danach, die habe ich schon. Und danach, die habe ich schon. Komm mal da, ändere ich nochmal den ein. auswählen. Zack. Da habe ich die 4. wieder. Helden. Auswählen. Auswählen. Emotionen. Emotionen. Okay. Dann haben wir alles hier fertig. Beim Kaufen. Beim Kaufen, da ist ja eigentlich nichts mehr. Auswählen. Da ist ja auch ein Punkt zum Zahlen. Und Gelb wird halt empfohlen, aber das kann ich mir gar nicht leisten. Da war noch ein grüner. Jetzt ist hier wieder ein grüner Punkt. Da ist er. Gut. Hier sind meine Stärksten. 5, 7, 7, 7, 6. 5, 7, 7, 7. Der ist auch 6. Ach, das war der. 3, 7, 1, 5, 1, 6. 1, 2, 3, 7, 1, 5, 1, 6. Den brauche ich nicht. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an. Oder auch nicht. Bis gleich. Ich muss nochmal aktualisieren. Oder neu starten. Gut. Da bin ich wieder. Gut. Dann läuft auch noch was. Gell? Gell? Ah, mein Name ändern. Ne, brauchen wir nicht. Der ist gut. Dann gehen wir mal zum Kampf. Und wir starten mit meinem starken Team im PvP-Camp. Los geht es. Und wir starten mit drin. Normalerweise mache ich immer erst als volles und wieder da oben und dann ziehe ich es zusammen. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich ziehe jetzt sofort alles zusammen. Aber warum ist kein Sound da? Oh, ich habe gleich gewonnen. Sieg. Shit. 94.000 Schaden, er hat 72.000 Schaden gemacht. Weiter, weiter, weiter. Klar. Okay. Und dann kommt jetzt eine Quest habe ich fertig hier. Gleich einsam. Da ist sie. Oh, zwei Queste fertig. Also eine Quest und zwei Sachen konnte ich einsam. Schön. Dann gehen wir jetzt zur Kooperation. Nehmen wir doch das gleiche Deck. Oder ne, komm. Wir nehmen das, wo die hier heute den Pfeil nach oben haben. Ebene 3, 1, 2 haben ich schon geschafft. Gut, ein Gelegenheitsspiel. Ich bin nicht jetzt. Hopp, 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 hopp. Oh, da. 5 Wellen, dann kommt der erste Boss. Ich brauche da einen langen Cloud. Let's go! Okay, hey, der epische. Alle einmal aufwerten. Und jetzt, ah, nur eine Welle, dann warte mal, wer weiß, was da für ein Boss kommt. Entschuldigung. Die Nase öffnet. Der ist schon fertig. Boah, was hat der denn hier? Boah, nice. Das ist gut. Okay. Ich habe die 80 voll habe. Dann ziehe ich die erste zusammen. Habe ich ja schon vorher. Okay. Okay. Ich habe auch 10. Ich habe auch 10. Du hast 10. Du hast 10. Ich habe 10. Ballen. Ich habe 10. Okay. Oh, du hast 10. Du hast 10. Verst du hast 11. Wir sind 10. Ich habe 7. Und ich wieder in die 1. Ich habe 10. Auf Level 23 oder was bedeutet 23? Fühlbar heftig. Oh, ich kann die Mikros zusammen setzen. Oh, ein... Wollt man da? Bisschen kann ich zusammenstellen. Okay. Und... Ja, super. Ich denke mal die Runde werde ich auch gewinnen. Oh, ich falle mit Spindach. Oh, die ist... Oh, das ist toll. Oh, das ist voll. Ach, der Opa ist wieder da. Ich hab hier so viel wie ein. Einer kostet schon über 400, das heißt ich kann unten die Leistung noch voll und dann mach ich unten das nächste Level rein. Ja, ist der Fall, nächst du wieder kommt der Boss. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 gut noch drei wellen dann habe ich die runde geschafft aber nur durch die nicht nicht auch nicht 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 sondern nicht 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 okay auch okay der boss der ist einfach schon wieder fertig die letzte Runde ja sie gut dann war es mit dem Spiel für heute weiter 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 herzlich Glückwunsch du hast die Ebene abgeschlossen das kriege ich 200 ich kann mir ein Schmuckstück herstellen kapitel 1 ist fertig oh nice das ist schön dann kommt nächstes mal kapitel 2 dran jetzt noch schnell meine ganzen sachen hier aufwerten einsam einsam durch meine liebe mitstreiter ob ich alles aufwerten kann ich weiß es nicht ich glaube so viel gold habe ich gar nicht oder 10.000 gold warte doch 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 das müsste gehen oh jetzt ist er level 7 2.000 2.000 grad hatte ich mit denen gespielt ne und was habe ich hier neues alles aus aus gut schon wieder abgestürzt kein problem weil ich bin sowieso jetzt fertig dann sag ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du aber nicht wieder dabei seid bis dahin ich euch viel spaß und auf Wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal tschüss Tippbound Bis zum nächsten Mal.